Denk doch mal kurz an eine Entführung. Wie lange dauert denn so eine Entführung in deinem Kopf? Eine Woche oder zwei? Weit gefehlt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Wie gerade schon gehört, geht es heute um Entführungen, beziehungsweise es geht natürlich um eine spezielle Entführung. Das Thema finde ich aber extrem spannend. Bislang habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Jetzt habe ich festgestellt, dass meine Vorstellung, also jemand wird entführt, es wird Lesegeld gefordert, es wird Lösegeld bezahlt, hoffentlich, und ja, entweder das Opfer wird dann freigelassen oder ja, im schlimmsten Falle findet man es tot oder es taucht gar nicht wieder auf. Dass da so viel mehr dahinter steckt, war mir bis jetzt nicht klar. Aber fangen wir mal mit dem heutigen Fall an. Wir reden heute über Eduardo Garcia Valseca. Und der Fall spielt größtenteils in Mexiko. Die kurze Vorgeschichte, sie beginnt im Frühling 1992. Es ist am Parkplatz in Bethesda, Maryland. Und dort ist Jane Rager unterwegs. Sie ist 25, sie ist dort auf einem Parkplatz an einer Telefonzelle. Sie telefoniert und danach trifft sie Eduardo. Und das ist, wie sie beide sagen, Liebe auf den ersten Blick. Eduardo ist 18 Jahre älter als Jane, aber der Altersunterschied spielt für sie beide keine Rolle. 1994 heiraten die beiden und ziehen dann in Eduardos Heimat nach Mexiko. Sie ziehen auf ein großes Grundstück, ziemlich in der Pampa in Zentral-Mexiko, in die Nähe einer kleinen Stadt namens San Miguel de Alende. Eduardo verbringt viel Zeit auf dem Rücken seiner Pferde. Jane erfreut sich an einem Kaktusgarten, den sie anlegt. Und zusammen bauen die eine kleine Immobilienagentur auf. Sie renovieren alte Häuser und verkaufen sie dann. Eduardo war vorher Grundsthändler. Und sein Vater, der hatte einst ein riesiges Zeitungsunternehmen in Mexiko. Also so eine richtige große Firma. Die brachten in den 1930er Jahren. In Spitzenzeiten bis zu 40 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften heraus, waren sehr vermögend. Allerdings ist das Geschichte und von dem Vermögen ist nicht mehr viel über. Zusammen bekommen die beiden drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Und sie sind überzeugte Anhänger der Waldorf-Pädagogik. Sie sind so überzeugt, dass sie einen Teil ihres Grundstückes zur Verfügung stellen. Und auf diesem wird dann eine Waldorfschule errichtet. Ihr Engagement in dieser Schule geht aber weit über diese Spende hinaus. Das heißt, sie sind da wirklich auch involviert und helfen da aus und arbeiten da auch aktiv mit. 15 Jahre lang leben die beiden ein glückliches Leben. Sie ziehen ihre Kinder groß und engagieren sich in dieser Schule und aber auch in der Stadt. Sie sind in der ganzen Gegend hoch angesehen. Sie sind beliebt. Und alles in allem führen sie ein einfaches, bodenständiges Leben. Bis zum 13. Juni 2007. Der 13. Juni ist ein wunderschöner, sonniger Junimorgen, der ganz normal beginnt. Die Sommerferien stehen vor der Tür, sind noch zwei Wochen bis dahin. Noch müssen die Kinder zur Schule. Wie jeden Tag fahren die Eltern die Kinder dorthin. Es ist nicht weit. Alle sind gut gelaunt, singen laut spanische Lieder im Auto und genießen die gemeinsame Zeit. An der Schule angekommen, bringt Jane die Kinder hinein, während Eduardo im Auto auf sie wartet. Dabei fällt Jane schon ein ihr unbekanntes Auto auf dem Parkplatz ins Auge. Es ist ein hellblauer Ford, den sie noch nie gesehen hat. Auch den Fahrer kennt sie nicht. Und das beschäftigt sie auch ein bisschen, was hat der da zu suchen. Sie fragt sich, ob es vielleicht einen Neuzugang in der Schule gibt. Und sie fragt sogar im Sekretariat nach. Aber auch dort weiß keiner, wer der Mann in dem Auto ist oder warum er da ist und was er dort tut. Als sie auf dem Rückweg an dem Wagen vorbeikommt, zieht der Mann ihr direkt in die Augen und lächelt. Jane lächelt zurück. Als sie wieder zu Eduardo ins Auto steigt und die beiden sich auf den Heimweg machen, folgt ihnen der Mann in seinem Ford. Und nun geht alles ziemlich schnell. Jane und Eduardo sehen mehrere Autos auf der Straße zu ihrer Range. Der hellblaue Ford überholt sie und fährt ein Stück voraus. Ein anderes Auto überholt sie, schert knapp vor ihnen ein, während ein Pickup Truck neben ihnen die Spur hält. Die beiden sind natürlich verwirrt und haben auch Angst. Das ist ganz schön furchteinflüssend, was da passiert. Also sie merken, das ist gar nicht gut. Der Pickup fällt zurück. Der Wagen vor ihnen macht eine Vollbremsung und zwingt den Jeep der Walsekkers auch zu einer solchen. Nur der Pickup hinter ihnen, der bremst nicht ab, sondern kracht direkt ins Auto. Eduardo und Jane werden zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Es geht nicht nach vor und nicht zurück. Aus dem Wagen vor ihnen steigt ein Mann. Er trägt eine Maske und er ist bewaffnet, sowohl mit einer Schusswaffe als auch mit einem Hammer. Er tritt ans Fenster auf der Fahrerseite und schlägt mit dem Hammer das Fenster ein. Glassplitter sind überall. Dann versetzt er Eduardos Kopf einen Schlag mit dem Hammer. Ein zweiter Mann, genauso gekleidet wie der andere, tritt an Janes Fenster auf der Beifahrerseite. Auch er schlägt das Fenster ein. Jane wehrt sich, als der Mann sie aus dem Wagen zerrt. Sie tritt und schlägt um sich, doch als er den Lauf der Pistole genau zwischen die Augen presst, da gibt sie zwangsläufig ihren Widerstand auf. Die Angreifer ziehen sowohl Jane als auch Eduardo Kissenüberzüge über den Kopf und zwingen sie, in einen Wagen zu steigen. Eduardo ist hysterisch, er schreit laut und Jane ist besorgt, dass er eine Gehirnerschütterung haben konnte. Doch er wird harsch aufgefordert, still zu sein, sonst würde man ihn erneut mit dem Hammer schlagen. Und so gibt er dann auch klein bei und ist still. Die beiden werden mit Klebeband, Hände und Füße gefesselt. Das Auto setzt sich in Bewegung und Jane versucht, verzweifelt sich darauf zu konzentrieren, wo sie hinfahren. Sie prägt sich jede Abzweigung ein, sie versucht abzuschätzen, wie schnell sie fahren und wie lange die Zeitabstände sind, bevor sie wieder abbiegen. Doch schon bald hält der Wagen an. Die Autotür auf Eduardos Seite öffnet sich, er wird herausgezerrt. Jane wartet darauf, dass auch ihre Türe aufgeht, aber nichts passiert. Stattdessen hört sie Schritte, die sich vom Fahrzeug entfernen. Es dauert einen Moment, bis Jane realisiert, dass man sie zurücklässt. Irgendwie gelingt es ihr, sich den Kissenbezug vom Kopf zu zehren und zwar gerade noch rechtzeitig, um einen Wagen zu sehen, der sich entfernt. Und immer wieder sagt sie sich die Zahlen und Buchstaben des Nummernschildes vor, damit sie sie bloß nicht vergisst. Dann ist sie allein. Ihre Hände und Füße sind nach wie vor gefesselt, aber wohl die Hände vor dem Körper, denn sonst wäre alles folgende jetzt wahrscheinlich nicht möglich, denn sie schafft es, die Wagentür zu öffnen und sich aus dem Fahrzeug fallen zu lassen. Sie rappelt sich mühevoll hoch und alles, was sie nun tun kann, dann ist die Straße entlang zu hüpfen und hoffen, dass jemand anhält und ihr hilft. Letztendlich findet sie auch Hilfe. Das war anscheinend gar nicht so einfach, denn offensichtlich hatten damals in 2007 in Mexiko viele Leute noch kein Handy. Am Ende jedoch kommt die Polizei. Aber wird die Polizei ihr helfen? Viele Polizisten in Mexiko sind sowieso generell korrupt. Viele haben Angst und tun, was man ihnen sagt. Und selbst wenn einer dabei ist, der wirklich helfen würde oder gerne helfen würde, hat er nur geringe Möglichkeiten. Die Polizisten nun bringen Jane zurück zu ihrem Jeep, der immer noch dort steht, wo sie entführt worden sind. Und in dem Jeep auf dem Beifahrersitz liegt ein Zettel mit Anweisungen für Jane. Darauf steht, dass sie nach Hause gehen soll und auf Anweisungen warten soll. Es gibt eine E-Mail-Adresse und ein Passwort dazu und das soll sie verwenden. Was Jane sofort auffällt, ist, sie wird persönlich mit ihrem Namen angesprochen und dieser ist auch korrekt geschrieben. Die meisten Leute würden ihn falsch schreiben. Also sie schreibt sich Jane mit A-Y-N-E und die meisten Leute würden das Y natürlich weglassen, weil man sie ja nicht hört. Also wer meint es in der Welt, sind diese Entführer? Es ist ganz klar, das ist kein Zufall, sie sind keine zufälligen Opfer. Aber noch etwas liegt auf dem Beifahrersitz. Ein Hammer. Und dieser Hammer ist das Markenzeichen einer politischen Gruppierung. Er ist aber auch das Zeichen für die Polizisten, dass sie sich auf keinen Fall in diese Sache einmischen sollen. Die Staatspolizei wird also anscheinend nicht handeln. Ein privater Ermittler könnte natürlich helfen, der verlangt aber horrende Summen pro Tag und die kann Jane gar nicht aufbringen. Das können sich die Valdeckers gar nicht leisten. Bleibt noch die Bundespolizei. Und an die wendet sich Jane letzten Endes auch. Man sichert ihr Hilfe zu und tatsächlich kontaktiert ein Beamter Jane und verspricht sie zu treffen. Das läuft aber auch nicht ganz so, wie Jane sich das vorgestellt hat. Denn es ist nur ein einzelner Mann. Er ist sehr jung. Er ist nicht besonders imposant. Er ist sehr leger gekleidet. Und Jane muss ihn mitten in der Nacht vom Busbahnhof abholen, denn er hat kein Auto. Ja, mehr noch, er hat nicht mal eine Waffe bei sich. Schnell erklärt er ihr, dass der Kampf gegen diese Erpresser am Computer ausgetragen werden wird. Und ein weiterer Grund dafür ist, dass die Kidnapper Jane auf jeden Fall beobachten, jeden Schritt beobachten, den sie tut. Und da wäre ein großes Polizeiaufgebot natürlich auch nicht unbedingt von Vorteil. Der Mann ist allerdings verbunden mit einer Zentrale, in der viele Mitarbeiter an verschiedenen Fällen arbeiten. Also die arbeiten an 25 Entführungsfällen gleichzeitig oder an bis zu 25 Entführungsfällen, je nachdem, was gerade ansteht. Und die sind eben über Computer verbunden und die machen die ganzen Recherchen. Und der junge Mann vor Ort, der übrigens gar nicht so jung ist, wie er aussieht, der ist quasi der Vermittler und der Hauptermittler in der Sache, der die Sache eben leitet, vor Ort aus. Er sagt auch, dass die Walsekkers vermutlich seit mehreren Wochen beobachtet wurden. Und als er sie darauf aufmerksam machte, erinnert sich Jane auch an mehrere ungewöhnliche Situationen in der letzten Zeit. Also sie erinnert sich an fremde Autos, an Stellen, wo sie nichts zu suchen hatten. Sie erinnert sich daran Zigarettenstummel, an abgelegenen Plätzen auf der Farm gefunden zu haben. Und jetzt im Nachhinein ist das natürlich auffällig, auch wenn sie sich in dem Moment nicht so viel dabei gedacht hat. Und hatte Jane bis dahin noch die Hoffnung, dass die ganze Sache innerhalb von ein paar Tagen ausgestanden sein wird, so wird diese nun zunichte gemacht. Sie erfährt, dass solche Entführungen Wochen, wenn nicht Monate andauern. Und dass sie keineswegs selten passieren. Die einzig gute Nachricht ist die, dass die Gruppe, die Eduardo anscheinend entführt hat, ihre Opfer normalerweise nicht tötet. Ein Trost. Vielleicht ein schwacher Trost, aber immerhin. Und tatsächlich haben es die Entführer offensichtlich nicht eilig. Jane checkt diese angegebene E-Mail-Adresse natürlich immer, immer wieder, immer wieder, im Minutentakt, im Stundentakt, aber erst nach fünf Tagen trifft die erste E-Mail ein. Sie enthält eine Lösegeldforderung von 8 Millionen US-Dollar. Und das ist eine Summe, die weit außerhalb der Möglichkeiten der Wörlseckers liegt. Und sie lässt die Hoffnung ziemlich schwinden. Alles Vermögen, das die Wörlseckers haben, steckt in der Farm. Diese ist nicht annähernd so viel wert. Aber selbst wenn sie es wäre, Jane wäre gar nicht in der Lage, ohne Eduardos Zustimmung und ohne seine Anwesenheit, größere Summen aufzutreiben, die Farm irgendwie zu verkaufen oder ein Darlehen aufzunehmen oder sonst was. Aber wie gesagt, 8 Millionen ist sowieso absolut utopisch. Die Kommunikation mit den Entführern erfolgt über Anzeigen in der Zeitung. Das heißt, in dem Fall über die Tierecke, Jane soll ihre Bereitschaft zu bezahlen über eine Anfrage inserieren, nach einem Ciao-Chao für 8000 Pesos suchen und stattdessen inseriert sie, dass sie sehr um die Gesundheit des Ciao-Chaos besorgt wäre und dass der Preis ihre Möglichkeiten weit übersteigt. Das ist jetzt aber nur der Anfang der Kommunikation. Ich verstehe auch nicht ganz, warum über Anzeigen. Sie haben ja diese E-Mail-Adresse schon und sie verwenden die ja offensichtlich. Aber gut, da bin ich kein Experte. Eduardo hat man inzwischen in eine schmale Box gesperrt. Er ist nackt und er muss Tag und Nacht in dieser Box verbringen. Diese ist kaum breiter als seine Schultern, er kann sich kaum bewegen. Es brennt durchgehend eine Glühbirne, aber schlimmer noch, er wird durchgehend mit lauter Musik bescheid. Als Toilette dient ein Eimer und der wird nur sehr selten geleert. Zu essen bekommt er manchmal einen Apfel, manchmal ein Ei und ab und an ein bisschen Hühnchen. Und ja, er ist so hungrig, er ist immer an der Grenze zum Verhungern, dass er sogar das Ei mit der Schale isst. Und wenn er Hühnchen kriegt, dann isst er auch die Knochen mit. Am Ende werden unglaubliche acht Monate vergehen. Bis er endlich freikommt. Acht Monate eingesperrt in dieser Box. Und wenn er da mal rausgeholt wird, dann bedeutet das nichts Gutes. Er wird geschlagen und zweimal wird er sogar angeschossen. Einmal ins Bein, einmal in den Arm. Versorgt werden diese Verletzungen nur marginal. Außerdem spritzen ihm die Entführer immer wieder Blutkonserven, von denen sie behaupten, dass sie mit HIV infiziert sind. Die Blutkonserven entsprechen nicht Eduardos Blutgruppe und sie lösen großflächige Reaktionen aus. Es schwillt alles an, es gibt Entzündungen und er kriegt Fieber davon und es geht ihm richtig, richtig dreckig. Wann immer er aus dieser Box herausgeholt wird, muss er vorher einen Küssenüberzug über den Kopf ziehen. Er sieht die Gesichter seiner Entführer kein einziges Mal. Und oftmals erfolgt die Kommunikation zwischen ihnen auch schriftlich, also über kleine Zettel, die geschrieben werden. Zuerst, also ganz am Anfang, erzählen die Entführer Eduardo, dass auch Jane in ihrer Gewalt ist und dass sie sich in genauso einer Box befindet, wie er selbst. Später dann erzählen sie ihm immer wieder, dass sie sie freigelassen hätten, aber sie würde das löse Geld nicht bezahlen wollen. Sie erzählten ihm, dass sie ihr Leben weiterleben würde und dass sie sich einfach einen neuen Mann gesucht hätte, der bei ihm eingezogen wäre und der ihn jetzt ersetzen würde. Tief im Inneren weiß Eduardo natürlich, dass das nicht stimmt, dass seine Frau das niemals tun würde, aber trotzdem, sowas beeinflusst einen. Wenn man das immer und immer wieder hört, das brennt sich tief in die Psyche, ob man will oder nicht. Außerdem wird er immer wieder dazu gezwungen, Briefe an seine Frau zu schreiben, in denen er ihr mitteilen muss, wie schlecht es ihm geht, wie sehr er leidet und was er alles ertragen muss. Also ich glaube, teilweise wirklich die Einzelheiten, was ihm angetan wurde, wann er wo, wie geschlagen wurde, angeschossen wurde und auch die Sache mit dem infizierten Blut. Diese Briefe werden eingescannt und per E-Mail an Jane geschickt und darauf zu sehen, sind eben auch ganz eindeutig Blutspuren von ihrem Mann auf diesen Briefen. In der Zwischenzeit versucht Jane verzweifelt, Geld aufzutreiben. Sie verkauft alles, was nicht nid- und nagelfest ist, Eduardos preisgekröntes Reitpferd, andere Farmtiere, wie Schafe, Kaninchen und auch Maschinen, aber damit bekommt sie kaum mehr als 20.000 Dollar zusammen. Sie bittet jeden um Hilfe, den sie kennt, aber die wenigsten kommen ihrer Bitte nach, die wenigsten beantworten ihre Anrufe sogar noch, weil einfach die Angst ist zu groß, sich in diese Sache reinzulehnen, da irgendwie involviert zu werden, sich mit diesen Entführern irgendwie anzulegen oder auch nur irgendwie ins Gesicht fällt von denen zu kommen. Davor haben einfach die Leute zu viel Angst. Die Entführer drohen ihr mit allem Möglichen, allem vor allem drohen sie ihr damit, Eduardos Finger abzuschneiden und sie ihr einen nach dem anderen zu schicken. Einmal pro Woche erhält sie E-Mails auf den angegebenen Account. Es sind entweder Drohungen von den Verbrechern oder Briefe von Eduardo. Jane allerdings hört irgendwann auf, sie zu lesen. Es ist einfach zu belastend für sie. Sie sieht sie sich lange genug an, um sicher zu sein können, dass es die Handschrift von Eduardo ist, aber sie überlässt es dem Agenten, die Inhalte zu studieren. Inzwischen ist Jane auch nur mehr ein Schatten von sich selbst. Sie kann nicht schlafen, sie bekommt keine feste Nahrung runter und inzwischen sind drei Monate vergangen und die Hoffnung schwindet natürlich. Der Ermittler, der die ganze Zeit in ihrem Haus wohnt, der nimmt sie zur Seite. Er sagt ihr, so geht das nicht. Also du hilfst Eduardo damit kein bisschen. Du machst dich kaputt. Du musst dich um die Kinder kümmern. Du musst dich echt zusammenreißen, denn das kann noch dauern. Denn diese Gruppe, die Eduardo entführt hat, die ist bekannt für Langzeitentführungen. Und die längste, die gegenüber 22 Monate, also fast zwei Jahre. Jane muss also unbedingt eine gewisse Routine wiederfinden. Und so wandelt Jane ihren ganzen Kummer und ihre ganze Angst in Wut um. Sie beschließt zu kämpfen. Sie nimmt ihr altes Leben wieder auf und sie tut so, als wäre nichts. Sie zeigt sich in der Öffentlichkeit, sie nimmt ihre Aufgaben für die Schule wieder wahr und sie plant sogar Feste zum Geburtstag ihrer Kinder. Also jetzt natürlich keine riesigen Partys, das wäre ja sehr unangebracht, da hat auch keiner Lust zu, aber so ein bisschen halt. Sie geht shoppen und sie schreibt sie sogar für einen Bauchtanzkurs ein. Immer wieder fallen ihr Männer auf, die ihr folgen, die sie auf Schritt und Tritt zu beobachten scheinen. Sie erwidert ihre Blicke stur und das gibt ihr so ein bisschen das Gefühl, zumindest ein kleines Stückchen in der Kontrolle wieder zu gewinnen. Sie tut auch zum Beispiel Dinge, um diese Entführer zu nerven, zu verwirren. Zum Beispiel tut sie so, als würde sie umziehen wollen. Sie packt alle Handseligkeiten, den Umzugskarton, sie mietet einen Umzugstransporter, den parkt sie ganz offensichtlich vor dem Haus. Sie bringt diese Kartons in die Garage, lässt die offen, damit man sie wirklich gut sehen kann. und sie hofft damit irgendwie die Entführer überzeugen zu können, dass sie ihr Leben weiterlebt und vorhat wegzuziehen. Und ja, dass diese dann vielleicht eine geringere Lösergeldsumme akzeptieren werden oder dass zumindest mal irgendwie Bewegung in die Sache reinkommt. Natürlich zieht sie letztendlich nicht um. Je mehr Zeit vergeht, umso grausamer werden auch die Briefe von Eduardo, die Nachrichten der Entführer für Jane. Also sie bekommt jetzt Fotos von den Schusswunden, die Eduardo zugefügt wurden. Und alles zielt einfach darauf, ab ihr klarzumachen, wie sehr ihr Mann leidet. Die nächste Phase, kann man sagen, sind dann Telefonanrufe. Auch das ist anscheinend so wie es abläuft, also so wie es öfter abläuft, denn der Ermittler weiß das, er erwartet das und er bereitet Jane auch schon darauf vor. Also er bereitet sie darauf vor, dass diese Entführer, wenn sie anrufen, sehr beleidigend sein werden, dass sie Sachen hören würde, die sie nicht hören wollte, dass sie auch sehr drastisch und bildlich darstellen werden, wie Eduardo leidet und was er alles ertragen muss. Und sie bekommt wirklich Sätze und Phrasen zur Verfügung gestellt, die muss sie lernen, damit sie die dann anwenden kann, damit sie da ein bisschen kontern kann. Sie ist allerdings letztendlich Eduardo selbst, der anruft. Damit hat sie auch nicht gerechnet. Er hat ganz offensichtlich ein Skript, das er vorliest, also vorlesen muss. Er beschuldigt sie darin aller möglichen Dinge, dass sie ihn hängen lässt, er beschimpft sie, er unterstellt ihr, dass sie das Geld für sich behalten möchte, dass ihr alles egal ist, dass sie ihn betrügt und einen neuen Mann hat. Und Jane weiß natürlich, das sind nicht seine eigenen Worte. Man sieht auch, dass er das vorliest, aber trotzdem treffen sie sie tief. Also genau das Gleiche, wie wir vorher ja schon umgekehrt hatten. Man weiß, das stimmt nicht, er liest das nur so vor, aber irgendwie dringt es halt doch in einen ein. Trotzdem schafft sie es, das Gesagte zu ignorieren und sie antwortet ihm mit, ich liebe dich und ich werde dich nie aufgeben. Eduardo antwortet, dass er sie auch liebt, doch sobald er sich nicht mehr ans Skript hält, wird die Verbindung augenblicklich unterbrochen. Und so ziehen sich die Wochen, ziehen sich die Monate hin. Die Zeit vergeht und es ist bald Weihnachten. Wir wissen noch, er wurde im Juni entführt. Es sind schon fast sieben Monate vergangen. Und ja, das macht natürlich auch was mit Jane, in die Hoffnung schwindet. Und Freunde und Bekannte, die beginnen tatsächlich von Eduardo in der Vergangenheitsform zu reden. Die haben absolut keine Hoffnung mehr, dass er lebend zurückkommt und ja, sie vermitteln das halt auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie niederschmetternd das sein muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, über so einen langen Zeitraum das durchzuhalten, nicht zu wissen, was passiert. Und geschweige denn von Eduardo, für so einen langen Zeitraum in so einer Box eingesperrt zu sein, nicht zu wissen, ob er überleben wird, was passiert, wie es seiner Familie geht. Und es muss so fürchterlich sein, so ein langer Zeitraum, das ist so krass. Letztendlich aber tut sich dann doch etwas. Die Entführer sehen wohl ein, dass es so nicht klappt. Nach sechs Monaten korrigieren sie ihre Forderungen nach unten. Statt acht Millionen Dollar fordern sie nun einige hunderttausend. Das ist immer noch mehr, als Jane privat irgendwie auftreiben kann. Aber da tauchen plötzlich zwei Schutzengel auf. Es sind Fremde, zwei Männer, Menschen, die Jane noch nie gesehen hat. Die haben von dieser Entführung gehört und beide spenden hohe Beträge, um Eduardo frei zu kaufen. Die einzige Bedingung ist, dass sie anonym bleiben wollen. Und so bekommt Jane letztlich doch noch das geforderte Geld zusammen. Und die Entführer stimmen der Summe zu, die Jane nun anbieten kann. Wenn ihr das jetzt total komisch findet, es ist sicher ungewöhnlich, ja, aber ich habe das auch in anderen Fällen schon gehört, dass es wirklich Menschen gibt, die dann spenden und die dann auch eine hohe Summe spenden, also reiche Leute, um eben solche Lösegeldforderungen erfüllen zu können und einfach nur um den Menschen zu helfen. Also das gibt es tatsächlich. Okay, die Entführer haben also zugestimmt und die Anweisung lautet, das Geld ohne viel Aufsehen von der Bank zu holen und zwar in unmarkierten 100-Dollar-Scheinen soll es bitte sein und der Bundesagent allerdings verbietet Jane das Geld persönlich abzuliefern. Es finden sich aber zwei Brüder, die beiden sind Angestellte auf der Valseca-Range und die erklären sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Diese Brüder werden dann nach den Anweisungen nach Mexico City geschickt und sie warten dort zwei Tage lang bis da überhaupt mal eine Anweisung kommt und dann schicken die Entführer ein Beweisfoto. Ich denke, Jane hat das auch verlangt, auf dem man Eduardo sieht mit der aktuellen Tageszeitung, die er ins Bild hält und dann wird eben ein Übergabeort vereinbart. Die Brüder werden zu einer bestimmten Adresse bestellt, sie müssen bestimmte Kleidung tragen und sie müssen auf das Auto aus Klebeband ein Tee aufkleben. Sie werden quer durch die ganze Stadt geschickt, überall finden sie Anweisungen, wo sie hin müssen und am letzten Punkt, dieser Schnitzeljagd kann man es ja fast schon nennen, steigt der ältere der Brüder dann mit der Geldtasche aus dem Auto, er geht ein paar Schritte die dunkle Straße entlang, um das Geld zu übergeben. Er kommt nicht zurück. Der jüngere Bruder wartet stundenlang darauf, dass er zurückkommt und es passiert nichts. In der Gegend dort steht übrigens auch ein Polizeiauto. Wie weit das involviert ist, keine Ahnung, die greifen auf jeden Fall nicht ein, die tun nichts, die wissen aber vielleicht auch nicht, um was es da geht. Oder sie wissen es schon und sind genau deshalb dort. Keine Ahnung. 24 Stunden später jedenfalls erhält Jane eine E-Mail, die ihr versichert, dass Eduardo nun freigelassen wird und sicher nach Hause kommen wird. Allerdings wird nun eine neue Forderung gestellt, erneut soll eine gewisse Summe bezahlt werden, um den Angestellten freizukaufen. Am 24. Januar 2008 lassen die Kidnapper Eduardo tatsächlich frei. Sie geben ihm Sachen zum Anziehen, sie rasieren ihn, sie schneiden ihm die Haare und dann wird er ausgesetzt und zwar auf einem Friedhof. Er ist extrem geschwächt, sein Körper ist ausgezehrt, nach dem monatelangen Hungern und seine Muskeln, die ja kaum bewegt wurden, die sind kaum zu gebrauchen. Helfen will ihm auch niemand, denn er ist schlecht auf den Füßen, er schwankt, er sieht abgerupft aus, die Leute denken wahrscheinlich, er ist betrunken oder auf Drogen, trotz allem gelingt es ihm, nach Hause zu kommen. An dem Friedhof gibt es eine Busstation und dieser Bus fährt direkt zu seiner Range. Dieser 24. Januar ist auch gleichzeitig der Geburtstag seines ältesten Sohns Fernando, er wird glaube ich 13 und er hat sich gerade beim Kerzen ausblasen gewünscht, dass sein Vater heimkommt. Und tatsächlich, genau das passiert. Die Familie ist noch in einer ziemlich kläglichen Feier, sie essen Kuchen ohne Begeisterung, als Eduardo an der Range ankommt. Jane erkennt ihren Mann kaum wieder. Er steht vor ihr, aber er ist zu schwach, um sie auch nur anzulächeln. Keiner weiß, wie er es auch überhaupt nur geschafft hat, diesen Weg noch zu bewältigen. Er ist im letzten Stadium des Verhungerns, Er hat einen Leberschaden und drei gebrochene Rippen, außerdem eine schwere Mageninfektion. Durch die Dauerbeschallung mit der lauten Musik hat er 15% seines Hörvermögens verloren. Zum Glück stellt sich allerdings heraus, dass er HIV negativ ist, also das war glücklicherweise eine leere Drohung gewesen. Er fragt nach Janes Bananenpfannkuchen, die sie ihm natürlich auch brumm macht. Natürlich muss er sich langsam ans Essen wieder gewöhnen, aber sie gibt ihm zu trinken, er bekommt Orangensaft und eben Bananenpfannkuchen und wahrscheinlich auch andere Dinge und schön langsam kehrt das Leben zurück in seinen Körper. Als Jane Eduardo gesehen hat, hat sie die Kinder erst mal rausgeschickt, in einen anderen Raum geschickt und nun bringt sie ihnen vorsichtig bei, dass der Papa wieder da ist, aber naja, dass er sehr schwach ist, dass er komplett anders aussieht und dass sie sehr vorsichtig mit ihm sein müssen. Es gibt sogar eine kleine Geschichte, dass die Tochter das gar nicht glaubt, also die muss da sechs oder sieben sein und sie glaubt gar nicht, dass das ihr Papa ist, sondern sie denkt, ihre Mutter hat jemanden engagiert, der so tut, als wäre ihr Vater einfach, um sie zu beruhigen. Also es dauert eine Weile, bis sie auch die Kleine überzeugt ist, dass es tatsächlich der Papa ist. Aber die Kidnapper haben jetzt den Angestellten der Walsekkers in ihrer Gewalt und nur wenige Stunden nachdem Eduardo wieder daheim ist, treffen erneut Geldforderungen ein. Das AFI, also das ist diese Agentur, die das bearbeitet, AFI ist so das mexikanische Pendant zum FBI, denke ich, und die sagen nun, die Familie muss Mexiko augenblicklich verlassen. Sie bekommen 48 Stunden Zeit, um das Notwendigste zu packen und diese Agentur verspricht ihnen eben, den Angestellten auf jeden Fall frei zu bekommen und den Kopf der Entführerbahnte ausfindig zu machen, sodass sie bald zurückkommen können. Und so flieht die Familie nur mit dem, was sie tragen kann, in die USA und lässt ihr komplettes Leben hinter sich. Leider kann die Agentur ihr Versprechen so nicht halten. Der Angestellte wird nach zweieinhalb Monaten von den Entführern freigelassen, das ist aber nicht der Verdienst von dieser Agentur, sondern ja, offensichtlich sind die zu dem Schluss gekommen, dass da nichts zu holen ist und dass der wahrscheinlich mehr eine Last ist, als für irgendeinen Gewinn sorgen könnte. Der wurde also freigelassen, der Kopf dieser Bande wird allerdings nie verhaftet und die Familie muss in den USA bleiben. Eduardo erholt sich langsam von seinen Strabazen Krankenhausaufenthalte, jede Menge Therapien begleiten ihn natürlich für lange Zeit. Die Familie zieht dann nach Maryland, wo Jane ja herkommt und die baut sich über die Jahre eine Existenz in der Immobilienbranche auf. Eduardo hat also diese fürchterliche Entführung, diese furchtbare Zeit überlebt. Er hat einigermaßen gut überstanden, er ist auch nicht psychisch total kaputt, allerdings ganz gesund in der Richtung wird er natürlich auch nicht, er wird sein Leben lang daran zu knabbern haben. Die beiden aber wissen, dass sie diese Sache jetzt nicht auf sich beruhen lassen können. Sie wissen, dass Eduardo nicht das erste Opfer war und dass er nicht das letzte sein wird und dass sowas immer und immer und immer wieder geschieht in Mexiko. sie gründen gründen eine Organisation sie lenden Aufmerksamkeit einfach auf das Problem sie treten bei verschiedenen Anlässen auf sowohl bei irgendwelchen Charity Sachen oder so aber auch und sie sprechen auch keine Ahnung vor dem Bundestag wo auch immer man sowas halt vorbringt also sie leisten auf jeden Fall Arbeit um das bekannt zu machen das Problem allerdings nicht dass sie wahnsinnig viel erreichen könnten das Problem liegt einfach in Mexiko es liegt an der ganzen Korruption es liegt daran dass Mexiko fest in der Hand ist von der mexikanischen Mafia von solchen Organisationen und dass auch alle Politiker und die die was zu sagen haben eben fest in der Hand sind von diesen Organisation die einen vielleicht weil sie dadurch auch Geld bekommen und Macht bekommen andere vielleicht weil sie bedroht werden und es ist halt ein Problem das man nicht so einfach lösen kann ja Eduardo hat diese Entführung also überlebt Jane wird das nicht schon vor der ganzen Sache hatte Jane ein körperliches Problem sie hatte Brustkrebs den hatte sie zwar an und für sich besiegt also sie war in Remission allerdings in dieser stressigen Zeit als Eduardo entführt worden ist da ist dieser Brustkrebs zurückgekommen Jane hat das gemerkt sie hat sich aber nicht anmerken lassen sie hat Ärzte aufgesucht die ihr das bestätigt haben sie hat es aber naja sie hat sich nicht so richtig darum gekümmert sie hat einfach was ganz anderes im Kopf und sie hatte den Mann der entführt worden ist sie hatte die Kinder die sie irgendwie am Leben erhalten musste sowohl psychisch als auch physisch ja also sie hat sich da wohl ein bisschen drum gekümmert aber so richtig in Therapie gehen konnte sie in der Zeit einfach nicht sie wird dann natürlich als sie in USA ziehen untersucht und die los denn die Diagnose ist der Krebs ist unheilbar am dritten Mai 2012 also vier Jahre später verliert Jane im Alter von nur 45 Jahren den Kampf um ihr Leben ja ich ringe gerade nach Worten ich überlege was ich dazu sagen kann mir fällt nicht wirklich etwas ein im Jahr 2017 ergeben sich dann noch Neuigkeiten Eduardo bekommt eine Nachricht dass jemand in Mexiko für eine Entführung verhaftet wurde und es ist ziemlich sicher dass dieser Mann auch für seine Entführung verantwortlich ist am 30 Mai 2017 wird Raul Julio Escobar Proplete verhaftet dieser Mann wird dann zu 60 Jahren Haft für die Entführung einer Frau verurteilt es werden ihm andere Entführungen auch zur Last gelegt ich bin nicht ganz sicher ob er für alle verurteilt worden ist oder eben nur für diesen einen Fall der ihm ganz konkret nachgewiesen werden konnte als Eduardo allerdings ein Foto von Raul sieht da fällt er aus allen Wolken denn denn Raul ist kein unbekannter Eduardo kannte kannte Raul kannte Raul Ramon und er war sogar mit ihm lose befreundet seine Kinder besuchten die Waldorf Schule und er war sogar Eltern Vertreter in dieser Eduardo wurde also nicht von einem Unbekannten entführt sondern von einem Freund Toller Freund Ja das war die Geschichte von Eduardo Vaseca es ist wirklich ein großes Problem ich denke ihr habt das jetzt auch schon erkannt in Mexiko das ist an der Tagesordnung solche Entführungen ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz ich habe ja schon in der Einleitung gesagt ja keine Ahnung entführen Lösegeld fordern Lösegeld kriegen oder auch nicht Opfer freilassen oder auch nicht aber acht Monate oder sie sagten ja 22 Monate war der längste Fall ich verstehe es es ist ja auch ein Aufwand also man muss den ja auch irgendwie gefangen halten am Leben erhalten keine Ahnung und wenn dieser Raul Eduardo und seine Familie ja auch kannte wie kommen die denn dann auf acht Millionen Dollar das muss ja auch klar sein dass die die gar nicht haben klar man weiß nicht immer genau wer wie viel Geld hat aber ja keine Ahnung es scheint ja eine absolut unrealistische Forderung gewesen zu sein also das ganze ergibt jetzt nicht wirklich richtig Sinn für mich keine Ahnung also die haben ja wirklich auch viele Leute entführt auch prominente teilweise waren da auch Lösegeldsummen von 30 Millionen Dollar im Spiel aber ja man muss das doch ein bisschen anpassen und wozu um alles in der Welt hält man die so lange fest verstehe ich einfach nicht allerdings ich habe ja auch vorhin gesagt dass mir das zweimal in letzter Zeit untergekommen ist und zwar habe ich vor kurzem noch bevor ich von diesem Fall überhaupt gehört habe eine Dokumentation gesehen auch auf YouTube und da ging es um Entführungen in Italien denn hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm genau solche Zustände herrschten lange Zeit in Italien also zwischen 1970 und 2000 gab es auch in Italien so eine Entführungsindustrie und auch da wurden die Opfer wochenlang monatelang gefangen gehalten teilweise irgendwo im Wald nicht unbedingt immer dass da eine Hütte im Wald war sondern einfach nur ein Lager ein Zeltlager ein Camp oder eine Höhle ganz besonders auf Sardinien aber auch an anderen Orten in Italien und ja also ja ich will jetzt da gar nicht so viel drauf eingehen ich verlinke euch das Video in der Beschreibung wer Lust hat schaut es euch mal an es ist richtig interessant und ja Gott sei Dank scheint das in Italien zumindest inzwischen nicht mehr so zu sein denn diese Leute die diese Entführungen durchführen oder für Leute arbeiten die diese Entführungen machen das ist eine richtige Branche das ist wie ein Beruf und die Leute leben davon es ist total krass was ich von euch jetzt gerne wissen würde ist hattet ihr das auf dem Schirm wusstet ihr das dass es tatsächlich so eine richtige Industrie ist wusstet ihr dass Entführungen oft so lange dauern also nicht im Ausnahmefall sondern in der Regel und dass das so ein großes Ding ist oder auch war wie in Italien beziehungsweise ist wie in Mexiko und auch sonst interessiert mich natürlich eure Meinung und eure Gedanken zu dem Fall und zu der ganzen Sache dann bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig als das true true crime time bis dann te t t t t t t Untertitelung des ZDF, 2020